Ritj Janu Samyogasana, wörtlich die Stellung, um Knie mit Herz zu verbinden, ist eine Übung, um die Hüftflexibilität für den Lotus-Sitz und auch für Yoga Nidrasana zu kultivieren. Zunächst sitze mit dem Langsitz, dann beuge ein Knie, zum Beispiel das linke Knie, und gib die Faser zur Hüfte hin, beziehungsweise zum Becken hin. Dann hebe den anderen Fuß hoch, fasse mit beiden Händen zum Fuß und zieh den Fuß zum Brustkorb hin. Das ist der erste Schritt, das wäre dann mehr Ritj Pada Samyogasana, eben die Fuß zum Herzenstellung. Dann, wenn du das eine Weile geübt hast, dann ziehe das Knie zum Brustkorb hin, halte aber den Fuß links, also weiter den Fuß nach links ziehen, während du das Knie zum Brustkorb hingibst, dass hier die Innenrotation der Hüfte gefördert wird, die eine gewisse Notwendigkeit in die Außenrotation der Hüfte gefördert wird, was für den Lotus wichtig ist. Also fängst an mit dem Fuß und irgendwann ziehst du das Knie zum Brustkorb hin und danach wieder den Fuß und das aktiviert letztlich die Hüftgelenke, so dass du den Lotus nachher umso besser üben kannst.